Und schau auf, Shepard. Die Schlektoren werden dich anschauen. Ich glaube, wir werden es wirklich machen. Die Omega-4-Relay schießen. Geh den Kampf zu den Schlektoren in person. Ich freue mich auf die Aktion. Nachdem du gesehen hast, was diese Basterden auf dem Horizont getan haben, macht es dir zu denken. Wir schaffen das. Sie sind kraftvoll, aber wir haben ein paar Tricks für sie. Wenn jemand sie aufhören kann, wir können. Kein Argument da, Commander. Horizon hat es einfach nach Hause gebracht. Was wir machen, was wir gegen uns. Wir werden ein paar Unfinished-Business machen. Ich denke, alle anderen ist, auch. Gibt es ein... Klose. Du weißt? Wir werden das Team aufbauen. Commander, du hast eine neue Message bekommen. Du bekommst eine Message von Admiral Stephen Hackett, Alliance HQ. Commander Shepard. Ich muss mit dir ein sensitives Thema sprechen. Ich nehme das in meinen Karten. Ich nehme die Frage. Ich nehme das vor. Ich nehme das vor. So, why call me? I thought the Alliance denies the Reaper threat. There must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarians space. She believes it's a Reaper device. Proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. I'm on an important mission, Admiral. I'll add this to the list. The prison is hidden underground in a Batarian outpost on Arata. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hack it out. So, aber eigentlich wollte ich auf die Citadel, denn wir wurden ja auch gebeten, dorthin zu fliegen. Ähm, wo können wir die Panzerung edifizieren? Informales aussehen. Gibt's hier auch mal was Nünftiges? Nein. Nur Scheiße. Das hier sieht aus, als wäre ich Arzt. Das hier, nein. 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 Äh. Was hat den Joker dazu zu sagen? Ist nicht gut gelaufen. Ich habe mehr als zwei Jahre gewonnen. Ich brauche diese Brüche. Genau. Entstanden, Commander. Ich glaube, alles geht gut hier. Das Ding möchte mich über eine blöcke. Okay, ich sagte, dass ich die AI-Core flashe, aber ich war's. Und wir verlieren nur ein paar Systeme. Nosey. To clarify, Human Resources adjustments sind nicht eigentlich unter meine Autorität. Dann warum? Warum sind Sie immer auf mich? Meine Antworten waren, zu provoke, doch nicht zu cause distress. Ihre Reaktionen sind typisch für die meisten Menschen. Sie sind interessant. Edie, warst du ihn an? Welche Teil Ihrer Programme tut das? Nichts in den Restriktionen auf mich verbinden Techniken aktive Techniken. Mr. Moreau ist eigentlich verbessert unter duress. Ich habe nie gedacht, dass die Overlords kommen wäre so wunderschön. Ich bin einfach... Ich bin fertig. Das ist es für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Commander. Wow. Also das ist echt ein Sprint. Für einen durchgetrainierten Allianz-Soldaten, der auch im Prinzip Navy-Seal ist. Miranda muss dich sehen, Commander. Ich komme ja auch zu Nix. Ich komme ja auch zu Nix. für deine Hilfe. Ich mag nicht, persönliche Dinge zu diskutieren. Aber das ist wichtig. Miranda, du bist eine meiner Crew. Sag mir, was auf deiner Meinung ist. Mein Vater war extrem wirtschaftlich. Er wollte die idealen Daughter und hat ein großes Geld um mich genetisch zu beteiligen. Als ich gelernt habe, dass mein Vater mehr interessiert in eine Dynastie zu kontrollieren als eine Daughter, dann ging ich weg. Und er hat sie gefunden. Und ich glaube, er hat mit dir gefangen. Mein Vater hat mit mir gegeben gegeben. Und er ist nicht dumm. Er wird nicht überrascht. Er wird nicht überrascht. Aber das ist nicht über mich. Ich habe eine Freundin. Eine Freundin. Und er hat sie noch schützt. Cerberus hat sie selten. Bis jetzt. Sie ist ein normaler Leben auf Ilium. Selten und weg von meinem Vater. So, du denkst, dein Vater hat sie gedauert? Precisely, Commander. Meine Fähigkeiten zeigen, er weiß, dass sie auf Ilium ist. Ich habe versucht, sie zu schützt, ohne sie zu schützt, aber ich habe keine Optionen. Er ist zu nahe. Ich muss meine Freundin wiederholfen, bevor es zu spät. Was wissen Sie von Ihrer Freundin? Sie ist meine genetische Schwanz. Wir sind identisch. Aber sie verdient eine normale Leben, und sie wird es, egal was. Sie wissen Sie von Ihrer Freundin? Sie sind okay? Sie wissen nichts. Sie sind komplett nicht involviert. Normalerweise. Ich sagte Cerberus, und sie kommen mit einem positiven Grund, um die Familie zu gehen. Was musst du mir tun? Mein Vater ist extrem persistente. Ich möchte, zu Ilium gehen, wenn Cerberus die Familie zu gehen, um sicher, dass keine seiner Agenten zu zu nahe kommen. Mein Kontaktname ist Lantea. Sie wird uns in der Lounge neben der Nose-Astra-Docking-Bay. Interessant. Darum werden wir uns auch noch kümmern müssen. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Was ist das, Jakob? Wie gesagt, es ist eine Persönliche Sache. Ich will nicht was für unsere Zeit, wenn es so ist, wie ein Gose-Chase ist. Aber... Ich habe mich von einem Ghost die letzte Nacht. Familie. Ich höre. Mein Stolz hat eine Nachfrage über die Hugo Gernsback. Das Land, das Land, mein Vater auf. Es hat einen SOS vor der Woche vor dem Wochenende, eine Erkrankung und eine Erkrankung. Shepard, das Land, das Land, hat 10 Jahre lang gelesen. Ich habe noch nie mit meinem Vater drei Jahre bevor das. Ich habe alles, aber ein Körper. Ich bin nicht sicher, dass es nur ein automatisch Signal ausgerüstet. Es hat zu lange. Ich denke, du wärst mehr erinnerst, dass dein Vater sein sein kann. Er war nicht genug für mich zu haben. Es ist ein altes, well-heiliges Wound. Aber wenn er eigentlich ist, dass er nicht normal ist, dass die Angelegenheiten nach der Normandie Das war in meinem persönlichen en Weg durch Cerberus-Filter. Ich denke, dass wir die Zeit haben. Die Koordinaten zu Joker. Ich mag das, Kommander. Ich erwarte nicht mehr als die Böden, aber es wäre gut für den Rekord. So, war's das? Danke. Na, groß geben. Hier geht's nicht groß. Aber ich brauche Platin. Probe weg. Probe weg. Launched. In research projects Platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Probe launched. Pass auf. Erst Zetter dann, dann machen wir die eine Nebenmission. Aber so, hier, mit der MSV Rosalie. Ich glaube, danach werde ich auch aufhören für heute Abend. ein bisschen mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 Ähm, was haben wir denn an Waffen? Einmal die. Da kann ich nichts mitmachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommander Sheppard, enter the password and receive a free gift. Got problems with collectors? Try Kasumi's credit services. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Obviously security has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanner's are picking up false readings. They seem to think you're... Dead. Was auch. I was listed as missing an action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just passed the scanner's on your right. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just cause you ask. I, I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My consul says you're dead. Are you not worried on some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station's security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the citadel itself. And probably a stop by the treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here and we call it done. You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about nine days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The consul probably wants to talk to the one who saved their scaly asses. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the consul and the specter's resources would be useful. Yeah. The consul can get anything. Best thing about working C-Sec is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial and the keepers got things restored fast. Tayseri Ward got the worst. A big chunk hit near the Dilanaga concert hall. Well, they're still clear and wreckage and trying to get power restored. I should be going. You need anything else? Let me know. So, wo haben wir denn mal einen Shuttle? Have you tried Galaxy of Fantasy yet? So, I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11. So, Presidium. This meeting would be more productive if Udina was to join us. My advisor is unavailable. As counselor, I represent the Voice of Humanity and the Alliance. Shepard will be here and... Oh, Commander. We were just talking about you. You said you wanted to meet with me. I didn't realize they'd be here, too. We've heard many rumors surrounding your unexpected return. Some of them are... Unsettling. We called this meeting so you could explain your actions, Shepard. We owe you that much. After all, you saved our lives in the battle against Saren and his Geth. The Collectors are abducting human colonists in the Terminus systems. Worse, we think they're working for the Reavers. The Terminus systems are beyond our jurisdiction. Your colonists knew this when they left Council Space. You're missing the important part, counselor. The Reapers are involved. Ah, yes, Reapers. The immortal race of sentient Starships, allegedly waiting in dark space. We have dismissed that claim. Shepard. No one else encountered the hologram on Eilos that told you the truth about the Reapers. Only you and your crew ever spoke with Sovereign. I believe you. But without evidence from another source. The others think Saren was behind the Geth attacks. Warum redet ihr nicht mit Vigil? Go back to Eilos and talk to Vigil. Or just look at what's left of Sovereign. It's obvious, the technology is more advanced than ours. The hologram on Eilos is no longer functional. And we have found nothing to suggest that Sovereign was not a Geth-Kreation. The Geth are capable of remarkable technological achievements. This is probably why Saren recruited them. This Reaper-theory proves just how fragile your mental state is. You have been manipulated by Cerberus and before them by Saren. Sie helfen mir also nicht. I guess I'm on my own. Again. We are in a difficult position, Shepard. You are working for Cerberus, an avowed enemy of the council. This is treason, a capital offense. That's too far. Shepard is a hero. I'm on this council too and I won't let this whitewash continue. Maybe there is a compromise. Not a public acknowledgement, given your ties, but something to show peripheral support. Shepard, if you keep a low profile and restrict your operations to the Terminus systems, the council is willing to offer you reinstatement as a Spectre. Wiedereinstellung? What does that mean? Will I need to start filing reports? That won't be necessary. This is a show of good faith on our part. We cannot become involved in an investigation regarding the missing colonies in the Terminus systems. But Spectre Reinstatement shows our support of you personally. Mehr kriege ich wohl nicht. I accept your offer. Good luck with your investigation, Shepard. We hope for a quick resolution and a quick end to your relationship with Cerberus. Well, that went better than expected. You realize the council offer is just symbolic. They won't actually do anything. Habt ihr gesehen, was Gareth gerade durchgezogen hat? I don't need their help. I just need you to keep them off my back. Shouldn't be too hard. As long as you keep to the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? Überrascht. Not used to seeing ghosts, Sardina? I'd heard you were alive, of course. But I didn't expect to see you back on the Citadel. I invited Shepard here to speak with the council. We just finished our meeting. You what? Consular, do the words political shitstorm mean anything to you? I'm here because the fate of humanity is at stake. That's what you should care about. All you soldiers think alike. You charge headfirst into a problem with no regard for the long-term consequences. I make the decisions around here, Odina. Your job is to clean up the mess I leave behind. Understand? Of course, counselor. Given the potential size of this one, I'd better get started. I'll be in my office. Sorry about that. Odin has never gotten over the fact that I got the council position instead of him. Sometimes I need to put him in this place. Warum feuern sie ihn nicht? What do you keep him around for? He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. Wie ist es Ihnen ergangen? Wie haben Sie sich in den letzten paar Jahren behandelt? Serving auf dem Council ist nicht so, wie ich meine Twilight-Jahre verbrannte. Manchmal fühlt es sich, als ob ich meine Kopf auf eine Walle schreie. Wissen, die Wahrheit über Sovereign ist brutal. Das ist ein Schmerz. Ich kann mich nicht auf den anderen schämen, um es nicht zu glauben. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Cade Nelenko was on Horizon. He said he was looking into Cerberus. I know. I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Na gut. Geh, wir zurück zu Normandy. Wisse, warte. Hier konnte man noch Stuff holen. Then after the week要 a Bl润 анgoi, da hatte man nocht." Warte, nettre aus, harte, warte, warte. C鹿 coalition to sehr gut. Immer hier, warte.